so damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation ich bin's in der bio begrüße euch und freue mich dass ihr einschaltet hier zu einem neuen video hier zu ZUSI3 ja wir sind jetzt gerade sowieso gerade dabei jetzt hier so die ein oder anderen videos mal so außerhalb mal das fahren zu zeigen und deswegen möchte ich euch heute mal was zeigen was ihr separat mit der ZUSI3 Hobby Edition mit dazu installieren können und zwar sind es die ZUSI3 Tools ja ich weiß nicht ob es die in der Aerosoft Version gibt also wer da ein bisschen Ahnung hat vielleicht die Aerosoft Version besitzt und da irgendwie jetzt weiß wie das ob es vorhanden ist der kann ja gerne mal dazu mal was in die Kommentare schreiben wir haben hier zum Beispiel denn die ZUSI Displays das ist ein ja seht ihr schon ein extra Software die man mit wie gesagt dazu installiert und wir haben hier zum Beispiel die Buchfahrpläne ja zum Beispiel Buchfahrplan EDT ETD gedruckter Buchfahrplan wir haben hier Diagnose Displays vom Talent vom KISS vom Flirt vom Lind ja also von Conradia Regio Shuttle und so und so weiter und so fort hier 403 406 411 ja wir haben hier die MMI CCD Displays ja die Lokomotiven KISS Flirt 3 ETCS CCD Westbahn wir haben hier Bedienungseinrichtung ja CDE ja ja Bedientafeln Fahrgastinformationen FIS Zug ältere Variante FIS Zug neuere Variante FIS Zug TFT Variante FIS Bus und Tram ja also wir haben hier noch den Zugfunk MTRS MTRS Plus und 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 so jetzt fragt euch wahrscheinlich ja wozu ist denn das alles da ja das sind alles noch zusätzliche Optionen die ihr zu eurem ZUSI 3 noch dazu schalten könnt also das heißt jetzt nicht dass es jetzt irgendwie ausgetauscht wird oder so ihr schaltet es verdammt nochmal mit dazu wenn ich jetzt sage zum Beispiel ja die Frage kam nämlich jetzt auch schon warum ich denn meine Züge immer nie schildern ja man kann wohl über die Fahrgastinformationen auch Züge äh schildern lassen oder sowas das ist richtig das funktioniert und da haben wir ja jetzt hier zum Beispiel äh das FIS System hier für die neuere Variante ja wenn ihr da jetzt zum Beispiel einmal drauf drückt ja ihr seht hier zum Beispiel es öffnet sich jetzt äh das äh Fahrgastinformationen Center TCP Server ist äh aktiviert äh aktivieren steht hier und jetzt sollen wir hier eine Fahrzeugführer ID eintippen ja das können wir ja auch komplett benutzen ich weiß noch nicht deswegen ich habe mich damit tatsächlich wirklich noch nicht auseinandergesetzt so Anmeldung einer Fahrt bitte betriebliche Zugnummer wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage wir geben jetzt hier die Zugnummer 1002 die wir ja letztes Mal erstellt haben kommt jetzt hier äh eine äh was die eingegebene betriebliche Zugnummer ist unbekannt weil jetzt der Züge natürlich jetzt nicht offen ist ja ähm wäre jetzt hier zum Beispiel auch ein 1003 allerdings wie gesagt hier unten kommt immer bitte stellen sie sicher dass der externe Züge 2 TCP Server oder der interne Züge 3 TCP aktiviert sind also da müsst ihr natürlich da dementsprechend das Ganze auch nochmal gucken ähm aber es gibt halt noch äh mehr ja Tools die ihr halt praktisch hier benutzen könnt ja das heißt das heißt jetzt nicht dass jetzt das hier äh das einzige ist ihr könnt jetzt zum Beispiel auch jetzt noch das Diagnosefenster vom äh Flirt dazu holen sprich jetzt habt ihr ein weiteres Bild ja also einen weiteren Monitor den ihr euch jetzt praktisch dazu laden könnt und wir können jetzt hier zum Beispiel nochmal die Züge Displays jetzt hier öffnen ja steht private Version kein kommerzieller Ersatz das ist richtig ich mache halt aber sowieso kein Geld ähm können wir uns jetzt hier zum Beispiel noch äh ähm 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 den Buchfahrplan hier zum Beispiel einfach noch dazu holen ja und ihr seht worauf das hinausläuft ja das ist jetzt bloß ein kleiner Teil den ich euch jetzt hier zeige es kann einfach so individuell wie möglich könnt ihr euer Zusi Erlebnis hier ähm einrichten könnt das Ganze dementsprechend jetzt hier machen wie ihr wollt wenn ihr jetzt natürlich noch verschiedene Monitore habt oder ihr habt jetzt noch zwei drei Monitore dann könnt ihr euch diese diese ganzen Sachen auf zum Beispiel einen zweiten Monitor vorlegen ja und dann könnt ihr das Ganze halt vollständig halt mit benutzen diese sind auch total aktiv ja ich kann hier raufdrücken ja und ähm kann das Ganze hier dementsprechend hier ja einstellen wie ich das möchte ja mit Zusi gestört also hier Event Codes die Kommunikation mit Zusi 3 ist im Augenblick gestört Zusi starten und Zusi 3 CCP Server entstanden ah ok also wir müssen separat nochmal den CCP Server entstarten deswegen funktioniert auch der andere Kram nicht das macht ihr aber alles dann separat denn ja wir haben um dann noch die Tools äh äh phase nein ja gut das war jetzt äh ja das brauchen wir nicht weil ich wollte eigentlich die SUSI Tools haben SUSI Display genau so heißt das also nich SusiTools sondern Susi Display und da können uns jetzt wie gesagt also ihr könnt ihr halt Aus dieser ganzen Reihe könnt ihr jetzt praktisch mit dazu holen. Zugfunk. Auch witzig hier, wie gesagt, Bus und Tram. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Willkommen an Bord. Was ist das für ein Fenster? Fahrgastinformationen. Multifunktionsdisplay öffnet sich hier bei mir noch zusätzlich. Ja, und natürlich sind diese halt dementsprechend auch voll funktionsfähig. Linie groß. Also man könnte da auch Straßen mal mitfahren lassen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Wie gesagt, das ganze Video jetzt hier. Ich wollte euch in diesem Video mal nur diese Zusieddisplays zeigen. Es ist einfach so umfangreich, dass ich das Ganze jetzt dementsprechend jetzt euch gar nicht zeigen kann. Ich meine, ich habe jetzt schon einen 4K-Monitor und wenn du diese ganzen Bilder, die ganzen Fels jetzt schon ringsherum offen hast, dann ist das schon auf jeden Fall ein ganzes, ganzes Stück, was man hier auf jeden Fall machen kann. Wie gesagt, der Buchfahrplan funktioniert jetzt natürlich dementsprechend nicht, weil jetzt keine Strecke jetzt zum Beispiel geladen ist und so. Wenn man das jetzt dementsprechend jetzt machen würde, dann würde da hier praktisch auch der Fahrplan drin stehen. Aber da muss man dazu sagen, jetzt in der Beta VDE wird ja jetzt gerade das Ganze hier umgebaut. Dass ihr das Ganze ja dementsprechend halt schon in eurem Zug so sehen könnt tatsächlich. Ihr könnt das ja auch schon bedienen, das ETCS. Ist ja mit dem VDE 8.1 Update ja oder Beta-Patch ja dazugekommen, dass man das Ganze jetzt ja auch schon in den ersten Zügen jetzt schon so integriert hat. Dass es da vorhanden ist. Aber wie gesagt, sowas wie das Fahrgast-Informations-Center, das gibt es halt noch nicht. Also das braucht ihr immer noch halt extern, um das Ganze halt dementsprechend zu benutzen. Also es ist wirklich schon, Susi ist, holy shit, eines der wohl heftigsten, kompliziertesten Simulatoren. Also wenn man das Ganze wirklich, nicht ohne Grund wird das halt in Fahrschulen eingesetzt, ja, für Lokführerausbildungen. Und dann hast du das nicht gesehen, weil es halt einfach so absolut umfangreich einfach ist. Also das ist Wahnsinn. Also ihr macht eigentlich mit diesen 60 Euro, die ihr bezahlt, absolut nichts falsch. Wenn ihr wirklich das volle Feeling-Simulation haben wollt, lasst den Train-Simulator weg, holt euch Susi und dann funktioniert das Ganze dementsprechend. Und ich glaube, das Ding wird automatisch mit den ganzen Susi-Displays einfach deutlich, deutlich realistischer. Und ja, das sollte eigentlich aber von dem Video erstmal auch gewesen sein. Es sollte halt nur mal so ein kurzer Einblick mal in die Susi-Displays sein. Weil halt die Frage auch schon kam, ob ich die mal nicht benutzen kann oder sowas. Wenn ich mich damit dann irgendwann mal später mit auseinandergesetzt habe, dann definitiv. Ja, aber so am Anfang jetzt, ich bin selber noch neu in Susi 3. Ich bin da jetzt halt auch noch nicht jahrelang mit beschäftigt oder sowas. Aktiv sind es jetzt vielleicht zwei Monate oder sowas, dass ich den jetzt wirklich aktiv jetzt benutze. Aber ich wollte es halt euch auf jeden Fall mal gezeigt haben, wie groß einfach der Umfang mit Susi 3 eigentlich ist. Weil immer noch die Stimmen kommen so, naja, so, nee, ich weiß nicht, 60 Euro, zu teuer und hier und da. Oder, ähm, weiß ich nicht. Also könnt ihr ja gerne mal so eure Meinung mal in die Kommentare posten. Vielleicht, ähm, ist jetzt so der Punkt gekommen, wo ihr jetzt zum Beispiel sagt, so, jetzt hört sich das doch ziemlich geil an mit Susi 3. Schreibt es in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Wundert euch jetzt nicht immer dieses Bing, ihr seht es ja unten mal, den TCP-Server aktivieren. Tja, ihr Lieben. Und, ähm, somit würde ich einfach sagen, äh, belassen wir es dabei. Ähm, wenn ihr natürlich da noch irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, dann könnt ihr das ja gerne. In die Kommentare posten. Schreibt es rein. Äh, ich werde gucken, dass ich das bestmöglich natürlich, ähm, beantworten kann, ja. Aber auch, wie gesagt, ich bin noch, wie gesagt, absoluter Newbie hier in Susi 3. Und, äh, ja, damit würde ich mich eigentlich hier schon wieder verabschieden mit dem Video. Ähm, ich schaue das einfach gleich noch mit dem anderen Susi 3 Video einfach mit raus. Und dann habt ihr hier heute denn diese ganze Palette Susi. Gut. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, wäre ein Träumchen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, dann hoffentlich mal wieder mit dem richtigen Pfad hier in Susi 3. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Tschau, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.